und damit herzlich willkommen zur let's play divinity original sind zwei eigentlich wollte ich erst die taverne gehen aber ich habe gerade überlegt ne warte mal ich gehe in die taverne ich gehe jetzt in die taverne und pieps ist wieder da wie schön du quatsch mich nicht an finde ich schon mal gut hast du was zu klar schreibe hier das neueste ins ohr könnte ich klingel gut es ist 20 oder so noble gentleman no one knows what they did wrong if anything and she has them stripped and whipped all the way to the execution plans didn't even give them the dignity of the sword no sir adam all up real slow you ask me and i say she's mad as a mink with its tail on fire queen or no queen don't look it too good for them blizzards word is the divine orders gonna win the ancient empire and itty arm do you remember what happened to the elves don't you ain't no one left standing when you're treating to deathbog ich schaue gerade ein witcher 2 lp an und die stimme von ihm kommt mir sehr bekannt vor ich glaube da spricht irgendein zwerg bin doch schon da ich will mal gucken ob ich diese becher kombinieren kann mit diesem weinfass ich muss sagen diese kombinationsmöglichkeiten finde ich schon echt gut kann man also als einfach wein abfüllen richtig cool walter ok du hast walters alter schild ja nee nichts was ich brauch so many suspects so many potential culprits i need to narrow down the list think you damn elf think a floorboard creeks beneath your foot the elf leaps around the brotley what what why do you sneak up on me don't you know how dangerous that is the way things are was meinst du my own magister comrades are vanishing from right here in driftwood whoever's behind it must be stopped if you hear anything come to me siehst nicht wie magister aus ich wurde von ihren ranken wegen meiner elven blöde ich werde weiter zu servieren ich werde nicht standen um zu sehen, dass meine kamerinnen von irgendwelchen vile traiter zu sehen Die Magister sind alles, was ich weiß, alles, was ich will. Ich habe meine Rückkehr auf alles, als ich sie mitgekommen habe. Mein Name, mein Blut, meine Geschichte. Wenn ich nicht einer von ihnen bin, bin ich nichts. Ich muss ihnen helfen. Drei Magister sind so weit verloren. Und die anderen sind für einen Sorcerer genannt, Igber. Ein verdammter Tinkerer. Er kann nicht responsiv sein. Ich bin sicher, er kann nicht. Ich wusste es. Ich habe versucht, den Magister in charge zu tun, Carver, aber er würde nicht hören. Der Elf schlägt, stoisch. Genau. Ich bin überzeugt, dass diese Tavon die Schlüssel hält. Sie ist voll von Schmerzen und Degeneraten. Der echte Kulprin könnte sich leicht hinter ihnen schlafen. Ich muss weiterhelfen, weiterhelfen. Der Kulprin wird irgendwann ein Fehler machen. Wenn du etwas schlafen siehst, lass mich wissen. Okay, vielleicht finde ich es aus. Du machst das. Jetzt weg mit dir. Okay, auf in die Taverne. Bastardentrunks? Weib, meine Freunde! Für Alexander, die Innocent! Ich gucke erst mal, ob ich mit mit Prudence reden kann. Eine Primm-Wowane in einem Starch-Rakpum ein Glas mit einem schlafen Rack. Sie knackt dich mit bluem, stetschschrissen Augen, als du der Bar überraschst. Unbegnügen über unsere Lesion. Sieben mal diviner. Das bringt nicht viel. Mit der überraschenden Agilität für eine Frau von ihrem Alter geht sie über die Bar und schwingt eine Hand nach deinem Gesicht. Du schlägst dich für den kommenden Blut, aber sie schlägt ihren Fingern in deinem Gesicht. Wir sprechen nicht über seine Heiligkeit in diesem Verhältnis. Wir sprechen nicht über seine Heiligkeit in diesen Termen in der zivilisierten Gesellschaft. Aber das kann jetzt nicht helfen, glaube ich. Nicht alle bekommen die gleiche Bildung wie mein Niles. Er ist ein Magister-Mind, tot. So was ist er nachher? Das ist doch auch eine Menge. Ich würde sagen... Fingern gibt jetzt erstmal alles an mich. Ah, das ist ein Magister-Mind, warum er nicht so ist. Er ist nicht so schlimm, wenn ich mich verhalten, habe ich gerade einfache. Hauptsache, dass ich ihn nicht so fahnen könnte, dass ich ihn nicht so wunderschwinde konnte. Ich weiß nicht. Aber das ist das. Im Eiweiss... Ich weiß nicht, wann ich die in deinem Gesicht Ich weiß nicht. Das ist das. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, dass ich nicht so ein Aus-Band merde werde. Wir wissen Sie, wie glaub ich es sind. ich muss dann gleich mal gucken weil die hat so viel geld vielleicht habe ich ja die eine oder andere sache die man auch gebrauchen kann was sie viele schilder wir können sich erst mal behalten das war mal zum kochen das ist auch was für talamann einfach nur ein süßes top was habe ich jetzt gemacht zur wahn hinzufügen keine ahnung sollte aus meiner zeit würde ich hoch scrollen erst mal reichen dass ich ein bisschen was verkaufen können beziehungsweise gucken wir mal kurz aber hier ein zauberstab ist nicht gebrauchen können oder eine rüstung bleibe ich lieber bei der führung und neunzig eigentlich polymorph aus wenn ich mit mehrkampf steuern muss doch ja was für dich und du hast auch ein schild das war um ihr habt und ihr habt euch so auf ja 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 Okay, dann lass ich mich in die Hälfte rein. Was für's beschwörend hast du was für beschwören und Überredung was echt nicht verkehrt ist Das kann ich noch nicht oder? Ne Errotöp beschwören beidhändiger Kampf Was ist denn das? Zauber stirbt, Zauber stirbt, Haupthand Schlangebiss Umrüsten dauert schon ein bisschen Ich glaube du bist gut ausgerüstet Du hast 57 Plus zwei beschwören Was war'n das? Was ist denn das? Gefällt mir tatsächlich besser Wie beschwören hab' ich denn da jetzt? 15, das ist ja schon abnormal viel Glaube ich zumindest Gefällt mir besser für dich Mir egal ob's nicht ganz perfekt ist Du hast ein Schwert Schwere brauche ich gar nicht Ein Schwert habe ich grad gar nichts mehr wie's aussieht Streitkopf? Na ne Haben wir ja Hosen Ich bin die auf jeden Fall besser Ist auch gar nicht so unstylisch wenn ich das so sehe So Ein gutes Schwert für dich dazu wahrscheinlich schlechter Ja Problem ist das die Waffe die er grad hat ist einfach zu hoch levelig Spaltschaden Okay ich glaube ich nehme erstmal die hier damit er auch wirklich treffen Hm Du brauchst ne bessere Hose Nee das ist schon ganz gut so was da hört Du brauchst Aero Turk Du brauchst Aero Turk Du brauchst Aero Turk Sing for me darling Wie gesagt ich höre Divinity Musik sehr gerne mal Einfach so Einfach so Ein Gambeson Interessant Ja da ist doch auf jeden Fall ein Superschild Das habe ich glaube ich schon geschaut Das habe ich glaube ich schon geschaut Ja die brauche ich definitiv nicht Die brauche ich definitiv nicht Panzerbrechende Granate Du klingst nicht Volle Granate Renate Okay Okay die will ich auf jeden Fall behaupten Die Balten So dieses Messer behalte ich mal Weil die brauchen wir für ein paar Rezepte Hundertprozentige Wahrscheinlichkeit Flächen im Pran zu setzen Atropie Okay das gucke ich mir nochmal an Ah ich habe ja so viel Rüstung und anderen Kram Oh die hat schon gar nicht mehr genug Geld Ah die habe ich ja jetzt auch wieder Sehr schön Okay Gib mir dein ganzes Gold Was ist denn das Teuerste Nehmen wir die Stahlrüstung zurück 260 kriege ich noch was Ja ein Wasserballon der ist nicht viel wert Was ist das hier? Apfelsaft Na ich bräuchte irgendwas das giftiges ist Hast du nicht irgendwie Abwaschwasser oder so für mich? Wie viel habe ich jetzt? Ziemlich voll aber es geht wieder Ich brauche Händler die mehr Geld haben Ich brauche Händler die mehr Geld haben Klauen darf ich hier nichts oder? Milver Ein Moment wo geht die? Ach ja okay Was für ein Kampf Was für ein Kampf? Das ist ein Tavern Händler die mehr Geld Händler die mehr Geld Händler die mehr Geld Sie ist nicht interessiert in dich Ihr Zwerg Sie klingt nicht interessiert Hier für den Kampf Das ist ein Tavern Klar Klar Ich freue mich auf die Scheitare zu dir dann Bis jetzt Bis später Sie hat nicht ihre Gäse von ihrem Trink Sie ist nicht Okay Wir schaffen das Wir verprügeln alle Gavan Ah, endlich Dein Kollege da ist absolut nicht Ich brauche Ich brauche eine Karte Karte Ich brauche Ich brauche Ich brauche Ah Du wundernst du mein Heiliger Er inhaltend über die Karte Er riecht auf die Karte Svöre Der Geräusche Dann schreift eine große Karte und schreift ihn nicht Er riecht Er riecht und dann Er riecht Hmm Was für ein Verzicht ist ist es nicht? Nach dem, was ich durchgebracht habe, noch eine andere Tragedie. Er schützt seine Gäste, dann schaut er dich auf. Okay, was ist los? Seine Lippe dreht dramatisch. Es ist mein Mentor, mein liebter Mentor. Er wurde... ...kontont... ... von diesen Bödenbästen. Ich habe ihm gesagt, wir sollten nicht in den Händen reisen. Aber würde er hören? Nein. Jetzt hier sitze ich. Mein closest Kampagne, weg. Unsere preisierte Karte wert war mehr als Lucians rechte Ring. Er verloren in den Bödeninfesteten-Räulen. Und auf der anderen Seite... ... die Kiste war eine Verweilung. Oh, mein Lieber. Wie habe ich dich vermisst. Oh, wie süß es ist, dich in meinen Händen wieder einmal zu haben. Sicherheit und gesund. Und wo wohnst du. Wie für dich, mein sehr handvoller Freund... ... haben wir eine Schuhe, um zu zerstören, nicht wahr? Hier. Deine Reise. Deine Reise. Deine Reise. Nicht alles in einem Ort. Jetzt, wenn du uns entschuldigst... Deine Reise. Hast du noch was dabei, das sie verkaufen kann? Also das Geld eher. Dein Reise. Dies ist alles so teures Zeug, was ich habe. Was ist das hier? Eine Giftgranate. Hm, eine Giftrone. Ich gehe in die Rune. So. So. Wer kommt hier? Ich könnte mich selbst in den Schmiedsbecken verlieren. So, und wie hat er auch schon gelesen? Ich habe alle kein Geld. Bei der Gelegenheit... Guck mal, ob ich noch was zu lesen habe hier. Schön, Justinia, Königin mei. Niemand kann jemals noch schöner sein. Haare wie Seide, Haut wie der Mast, wenn ich ansehe, vergehe ich fast. So geht es doch 374 Seiten lang weiter. Oftmals reiche ich Schlüpfrig für ein Hofgedicht. Oh, ich habe auch schon Schlüpfrig für Gedichte geschrieben, die sind toll. Der Pfad und die Pilgerreise von Wilhelm Breitfurt. Nur die Frommsten werden sich auf diese Expedition begeben, und nicht alle werden sie überleben. Doch wer in die großartigste Stadt Arx reichen möchte, um den göttlichen Lucien zu feiern, dem sage ich die sicherste Route. Ich dachte, das ist auch ein Gedicht, weil sie anfangen. Von der Küste des Schnitters zu Fuß, von Fischendorf Treibholz durch, Paradiesügel über die Berge. Segelt nicht direkt zur Stadt, der Hafen ist zu überlaufen. Warum ist die sieben Götter nicht gegeben? Äh, das haben wir schon gelesen. Einmal, was die Angst voraus ist. Alle Hoffnung, die sich nicht so weit entfernt, die sich auf die Flügel verletzen, die sich auf die Flügel verletzen kann. Die Geist, die sich auf die Flügel verletzen kann, die sich auf die Flügel verletzen kann. Wer wird der Streich und das Flügel verletzen? Wer wird das den Titel der Götter nicht gewonnen? Wir haben uns für alle Menschen und Wundern gesessen, abwürdigst die Geist von den Göttern. Schäden von Treibholz. Sie schließen sie sieben Usherabilden gegen alle die Wahrnehmungen. Todesnebel? Haben wir, glaube ich, auch schon gelesen. Das Menschakal haben wir gelesen. Kann ich die Bücher auch mal verkaufen? Wieso hat keiner von euch Geld nicht? Für Alexander, die Innocent! Geht mal, was ich da verkaufe, nicht, dass ich was Wichtiges verkaufe. Heiler werden! Das ist wahrscheinlich auch wichtig. Wer wird reisen? Wer bekommt den Titel der höchsten Heiligen? Wir warten. Wir wundern und wundern. Wir suchen Zeichen von den Gästen. Die 7. Wir besuchen uns zum Paradeus. gegen alle Menschen. Warten wir mal viel Geld hier. Du hast meine neueste Masterpiece interrumpft. Der Bart klingelt seinen Kopf und seine eigene Saliva. Er zurückkehrt zu seinem Poema. Aber seine Sprache krägt in der Mitte. Hm. W-w-r-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w. Das hier darf ich mal erwähnen, dass es eine extreme Brandgefahr ist. Warte, du könntest nur das Stimulus sein, den ich brauchte. Ich werde einen Rhyme für dich und für deine Reise kreieren. Alles, was ich in Rückmeldung habe, ist eine Handvolle Coins. Es ist ein Offen eines Lebens. Normalerweise würde ich mit dir mitgegeln, aber du hast einen bestimmten Blick über dich. Sehr gut. Aber wenn ich ein 1. Rade-Werke schreibe, musst du einige schwierige Fragen stellen. Sind Sie bereit, zu antworten? Er schlägt dich für ein paar schmerzende Momenten. Deine Augen betreuen die Gefahr der Menschenreise. Du glaubst es ist dein Recht, Rhyvelion zu kreieren. Was sagst du? Ich will es tatsächlich leider nichts dagegen sagen. Er schlägt einen schmerzenden Schmerz und schlägt seine Hand durch seine grüßen Haare. Ah, Eleganz! Deine Träume von Kleidern aus Goldbrückert und nokulenten Schlössern aus Granit und Marmor offenbaren und sagen, dass du gefolgsst wirst, keine Reichtümer. Wahrscheinlich. Du siehst fast wie gefährlich in deiner Gefahr. Aber ich kenne besser. Stripte von ihren Schmerzen und Schmerzen. Menschen sind so fragiles als Blödsinn. Verwalt deine Schmerzen. Ich kenne die Schmerzen. Zugegeben, Menschen definieren sich über Standfestigkeit und Mut. Recht geben, die Ruflosigkeit der Menschheit kann ihre Unsicherheit kaum verdecken. Beides ist nicht so gut. Zugegeben, die Ruflosigkeit der Menschheit kann ihre Unsicherheit kaum verdecken. Der Bart, Hems und Hors, dann bellows seine nächste Worte zu jemandem, der es hören könnte. Zu allen Lieferern von Kurs, ich bringe glückliche Nachrichten. Ich habe noch ein anderes modernes Klassik geklärt. Hörst du jetzt und schau dir in seinem schmerzenden Refrain. Der bitteren Kurs des Menschen unabhängig. Dieser Welt der Krieg und der Schmerzen, die sie erschaffen haben, werden sie nicht zuhören, bis alle die Welt verhörten. Und die Zeilen von allen anderen Kulturen eröffnet. Die Schmerzen, Gold und Dämonen sind nun verbreitet. Wenn du deine Freunde und Lieferern findest, und deine wirkliche Schmerzen. Doch alles ist nur eine Fassade, eine frage Schmerz. Jetzt, oder? Die Figur-Einser von Lindorne, die sich zuerst verbreitet, die sich allein auf die Hölle schreiten. Du musst mich über meine neueste Worte gewöhnt werden. Oh, bald werden die Bärchen in der Rivelon es singen. habe ich irgendwas was um die 100 wert ist in dieser pfeil hier wert zu viel kommt da krieg ich da was für jeder wird sich selbst ausmachen kann ich dich interessieren in eine nützungsvolle stühle Freunde und Liebungen, ich habe Geld in die Hälfte und das alles ist nur ein Zahn und eine reale Zahn und schattet, sie sind kein Zahn in die Hälfte ich sage dir, wenn sie nichts zu sehen haben, haben sie nichts zu beschweren Oh ja, okay, ich kann ja auch nicht alles verkaufen. Das ist auch nichts, was ich gebrauchen könnte, oder wie viel interessant ist. Aber... jetzt kommt Geld rein. Ja, ich bestell meinen Eintopf. A bolder Wahl, äh, auf dem Gesicht. Unless you're looking for something a little more tantalizing than a meaty stew in a mildly alcoholic room. He raises an eyebrow and gives you a sly look. Reden and lovers find you through the pose. He puts his lips, his fingers drum a pattern on his elbow, as he assesses you. A lascivious smile spread across his face. His tongue dance from his mouth, to lick the spittle from his lips. Let me ask you this. Across the world, who is renowned above all lovers for their exquisite lovemaking abilities? He loves to kill you. He wants to kill you. Oh, that's nothing. I have to tell you. Look, what's up to you! Ähm, ich bin sicher, dass in deinem eigenen Fall, dieses Sentiment ist... äh, fast wahr. Aber nein. Lass mich dir die Wahrheit der Sache erzählen. Mein Freund, die sehr besten Lieferanten sind... die Lisserte. Und für eine wenig signifikante Summe von Gold, kann ich dich an den größten Lisserte-Liefer der Welt gesehen haben. Der Preis, ich glaube, ist nicht negotiable. Und, glaub mir, das ist wirklich ein excepterer Kind von ihr. Bist du sicher, dass du nicht weißt, um deine Meinung zu ändern? Vielleicht mag der Rote Prinz sein Schwänzchen in der Exe versenken. Bezahlen wir. Das Geld zerbricht in seinen Echsen. Jetzt, lass mich dir das fragen. Welchen... äh... äh... Ihr Name ist Zara. Leid. Leid ist ihr Geschäft. Enjoy the experience of a lifetime. Nein? Er gibt dir einen mischiefsten Grimm. Dann riecht seine Hände in Salute und riecht weg. Geil! Das machen wir später. Hast du Geld? Nein. 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 Ich wusste, dass sie die Hände der Herrscher und den Rest verbringten hätten. Ich muss sicher, dass sie nicht zurückkriegen werden. Nein. Ja, ihr habt alle kein Geld. Wenn ihr die ganze Zeit in den Tavernen unten hängt, wundert mich das auch nicht. Vergifteter Krug Bier. Okay. Warum haben die hier vergiftete... vergiftetes Bier? Aha, haben sie vergessen zu... ähm... Aber dieses Raum ist... ... riecht. Captain's Schönwetter. Eine wehrte Frau, in einer wehrten Seacaptain's Tunic, babbelst zu ihr selbst. Und irgendwo nebenbei, hörst du eine Bellen riechen. Die Bellen riechen und die Tide ist auf der Runde. Und ich, ohne meinen Kompass. Ah, wenn du einen Kompass hast, muss der Kapitän gewesen sein. Sie fragen, wo euer Schiff liegt. Das Schiff ist in der Locker. Auf dem Boden, in den riechlichen Schälen. Und alle sind nur ich. Und noch... Kannst du es hören? Die Bellen riecht auf. Die Bellen riecht mich noch und es würde mich schmerzen. Ich bin schmerzt durch meine Crew. Sie riechen die Bellen, um mich schmerzen. Bitte, mach es zuhören! Sie schützt ihre Hände in ihren Händen und kreiert. Mach es zuhören! Sie haben das Glück, Ilkka! Sie haben das Glück! Sie haben das Glück! Kein Geld. Alexander, verletzt wie eine Schande. Puh, lieber. Das ist nicht richtig. Das ist nicht richtig. Ich habe nie gedacht, dass ich das sagen würde. Ich hoffe, dass sie diese Schande für's gut sind. Ich habe keine Angst in einem Schande auf mich. Du hast es gesagt, Ilka. Du bist ein wahrer Patriot. Du möchtest, die geben gute Erfahrungen und klumpe Gennereien. Ja? Was willst du? Ha! Ich will ein anderes Bier und ein Bier von Stew. Welcher von uns ist wahrscheinlich, was sie wollen, wie du denkst? Ich glaube, das macht mich ein Sinner. Vielleicht kannst du uns helfen, ein Argument zu erreichen. Klar, worum besteht's? Thatcher hier ist einer meiner liebsten Freunde. Aber sie ist nicht der Schmerz. Thatcher grinst, hallo. Unsere Freundin Boris wurde in Fort Joy geflogen, für eine Konzertung mit Lizardern. Und Thatcher hier, hat immer noch eine Runde um den Park mit Lovrigs Lizard. Ich sehe, sie sollte mit dem Feind schlafen. Was sagst du? Was sich mit Echsen eingelassen hat. Und Thatcher hier macht immer noch Parkspaziergänge. Die laufen Echsen nicht so. Du gehst da rein, Ilka. Du gehst da rein, Ilka. Sie schauen dich auf. Anmerken, dass Thatcher doch schon fündig geworden ist, zu sehen, woran sie sucht. Eben schärfen sie sich bis über beide Unverliebten sind. Oh! Thatcher riecht aus, lacht. Eben schärfen sie schärfen. Get lost! Before I throw you in a cell for disrespecting a Magister. Two Magisters. The Magisters! Thatcher doesn't look disrespected. Thatcher looks amused. Disrespecting one Magister's enough. Go on. She turns back to her drink. Oh dear, they can't get it. Oh, but this is, this had me gefallen. Of course it's not true. She tips you a wink, then turns away. How can I do this? Weathered and rugged, the man sleeps soundly. He mumbles in his slumber. What is happening with this box? There are bad things in the caves. Bad dwarf things. Ah, okay, die haben wir schon gemacht. His eyes flicker open, but he looks like he is still asleep. Hmm. Blood and oil mix. After all. His eyes open, but he doesn't see you. The island is ruined and doesn't have a name. Oh dear, don't go there. Startled. He opens his eyes, but he's staring into the distance. He's still asleep. Or the island. Ah, there's no graveyard. In his eyes flicker wide open, but he's clearly asleep. Wo ist dieser Friedhof? Hm... Schmerzen und Wälder, Mutter. Schmerzen und Wälder. Seine Augen öffnen, aber er sieht dich nicht. Stauwölfe. Ah... Arks für Lucian's Day klingt gut, Mutter. Seine Augen öffnen, aber er ist klar... Ah... Hm... Seine Augen öffnen, aber er sieht, wie er noch sieht. Keine Augen öffnen... Keine Augen öffnen... Keine Augen öffnen... Er geht zurück zum Schlaf. Wo ist denn diese Dame hier? Ganz oben? Ich will dann später lieber mit einer Extra machen. Der Schlaf wird nicht öffnen. Sie lässt sie treten. Es wird nicht öffnen. Deckel mit den Fingern anzuheben... und mit einem Messer... oder mit einem anderen geeigneten Gegenstand. Er trug ihm strecken, weil er befindet sich zu öffnen. Sprich das Wort... und ich werde öffnen. Äh... Sprich das Wort... das magische Wort... und ich werde öffnen. Nein. Du sprichst... das Wort... ich öffnen. Tatsächlich wollte ich das zuerst nehmen. Ah, vielleicht ist es doch das... Für... Sicherheit... bitte... steh zurück. Äh... Dich weigern... Befehle, weil deine Kiste entgegen sind. Okay, treten wir mal zurück. Die Kiste entlockt... mit einem kleinsten Klick. Die Kiste entlockt... Natürlich ist das nicht wahr. Mein Gott, du bist. Ich bin nicht mit dir in Liebe. Hat die gerade was gesehen? Ne, ich glaube, sie will herkommen, aber... Ich find's geil, dass ich gerade gesagt habe, I'm not in love with you. Okay, steh dir doch einfach ein, wenn du eine Frau liebst. Also, da spricht doch nichts dagegen. Du gehst da rein, Hilka. Du gehst da rein. Auch als Frau spricht nichts dagegen, eine Frau zu lieben. Ähm... Ich hab keine, die... Ich hatte doch Dietrich. In dem Fall in Scherberkitt. Ich hab keine Dietrich mehr. Dann... Okay, Black Track hat mir geschrieben. Ja, Mannos. Machen wir Stefano. Ich will jetzt erst mal lieber mit der Echse machen. Hm. Gut gemaltes Bild. Wer könnte mich denn hier sehen? Ah. Ah, Zara. Lass uns Liebe machen. Okay, die sieht jetzt irgendwie nicht so sexy aus. Ich... Ah ja, man sollte alles mal ausprobieren. Oh, okay. Oh, okay. Gut. Ein Lizard, groß und schön. Ich bin so glücklich, dass du gekommen bist. Sind Sie hier, um... ...Wie sind meine Blumen? Ja, du bist hier, um ihre Blumen zu gießen. Sagen, dass sie sie nackt auf dem Bett wird. Ja, nee. Ja, ich gieß deine Blumen. Ich bin so... ...so... ...lohnlich... ...sinds mein Mann ging weg, um die kommende Kriege zu kämpfen. Ich brauche jemanden, um mich zu kümmern. Du bist so... ...maschinen, Frau. Wolltest du mich zu kümmern? Wir versichern, dass du dich um sie kümmern wirst. Sie dann fragen, wo du anfangen sollst. Anmerkt, dass du Robert mit in der Hausarbeit erledigen sollst. Okay, okay. Wo fangen wir denn an? Komm her, hier. Big boy. Und ich werde dir sagen... Sie baut seinen Echsen. Was ich denke... Das heißt, habe ich mich tatsächlich gerade auch gefragt, seit wann haben Echsen Wimpern? Dass sie gar keine Wimpern hat? Es muss das nicht gewinnen sein. Nach vorne gleiten. Sagen, dass er findet... ...sie solle still sein und sich ausziehen. Okay, gehen wir vor. Halt in deinem Blick... ...ein Schmerz, das auf ihren Lippen spielt. Sie riecht für den Klapp des Hauses. Du riecht sie, und sie riecht sie. Dann... ...quieterlich... ...sie lässt sie es fallen. Ups. Wir sagen, dass sie etwas fallen gelassen hat. Nicht bewegen, ihren Duft einatmen, ihren verbrüherischen Duft... ... ihre berauschende Aura, ihre aufreizende betörende Gegenwart. Geh mich. Na klar. Sie riecht. Sie zieht dich mit einer manikurten Hand. Mit der anderen zieht sie deine Züge. Sie zieht eine Linie von deinem Nacken zu deinem Klappchen und deinen Klappchen. Sie schlauert dich langsam auf. Sie zieht dich dann zum Bett. Dein Welt explodiert. Ich will es im Moment nicht zerstören, aber... ...ich überleg grad... ...so ein Eck hat bestimmt super scharfe Zähne als ein Blutjob... ...ist echt ne Scheißidee, glaub ich. In Ecstasy. Glücklich. Kackner hat riesenglück. Geil. Wer sind denn die Typen jetzt? Attentäter Söldner. Ich habe keine Kleidung an, oder? Ich zieh mal schnell meine Kleidung wieder an. Wo ist meine Kleidung? Ich habe nichts an. Okay, ich würde jetzt ausnahmsweise mal eine kleinere Folge machen. Mit einem kleinen Cliffhanger hier an der Stelle. Und dann würde ich sagen, das war Let's Play Divinity Original Sin 2 für heute. Ich sage tschau mit WichtleinTV. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Macht's gut. Bye Leute.